Du hast jetzt aber nicht viel geschafft. Nicht viel Strecke, meine ich. Ja, ich bin ja auch gegen ein Stück Ding an das gelaufen. Naja. Gegen einen Bollerwagen. Nein, nicht Bollerwagen, Wand. So, zugebautes. Das ist eigentlich noch größer. Ja. Das ist ja doch dunkel. Ach, Sternessenz, hier gibt es also nichts Neues. Naja, komm. Monster lassen wir jetzt mal außen vor, solange wir so noch nicht angreifen müssen. Ja. Geht das hier ein bisschen weiter. Hi. Das ist auch eine Halskette. Hast du diese gesehen? Tötet Lemminge und Sportwanderer. Hier sind sie. Ja, mein nicht grau hinterlegter Monster. Freue ich mich. Endlich mal wieder eine Herausforderung. Hübsch. 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 Gehen wir näher ran. Gehen wir näher ran. Gehen wir näher ran. Gehen wir näher ran. Was war das, nur 8000 Schaden? Stulten der Sorgfalt Der Sorgenfalte Naja, das ist jetzt so schnell, schade Hat trotzdem gereicht Doppelkill Ich werd ja auch alles aufheben, ne? Hups, das hab ich jetzt übersehen Na komm, mach mal da hinten noch den, also hier vorne den einen noch Platon an Hupot Ach, jetzt müssen wir da hinten ins Dorf Ich dachte grad so, hä, wo ist der Typ, bei dem ich das abgeben muss Warte, Forest Lauf nicht weg Mateo Wo kann ich eigentlich sehen, wie weit mein Sammeln jetzt im Sinne von Essenzen sammeln ist? K K? Ne Keine Ahnung K wie? Keine Ahnung Der läuft doch was ein dickes hinterher Ach ne, das bin ja ich Mahaha Ich darf das, du nicht Oh Herz Irgendwas neues Nein Ich halte es trotzdem ab Naja 199 Im Bergbau Nein Quests on mass Ich geb jetzt erstmal das ab, was ich habe Damit bei mir dann angezeigt wird, was ich brauche Guter Plan Der kennt ihn verfolgen Und er zieht eben So Linse des Försters erhalten, was GZ Du alter Berggolem Das ist gut Dün 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 Die, die hier herrschen, haben dasselbe Symbol, wie meine Mutter als Wallpaper hat Hups Hm Bei sich auf dem PC Ach, ja Kommst du? Ich bin ja, wo die Gegner sind Ist doch Bin schon da Double Kill Das Gute ist, wir kriegen von denen auch, äh, Golem Fragmente, das heißt wir müssen die für zwei Quests töten Mhm So was mag ich, so effizientes Questen Ach, geh mal eben bitte dran, das ist von uns nicht Da unten das Telefon Das klingelt ja eklig, ey Ja, das müssen wir unbedingt mal umstellen Oblivion Okay 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 So Okay Okay So Oh dummes Sau jetzt, das ist aber mal gut, so. Ja, ruf da an. Einfach oben rechts die Taste. Ich mach in der Zeit hier in Ruhe weiter. Der ist am rumprobieren, deswegen klingelt's. Ja, super. Dafür haben wir jetzt aufgehört, aber wer ist in City, der respawned? Hab dich mal geheilt. Ah, super. Wie viel Schaden macht der Ding jetzt? Was denn? Deine... ...arkane Dingenskacke, da? Weiß ich nicht. Achte doch mal drauf, du hast 25% mehr Damage auf dem Teil. So, kommt her. Amen. So, ein Quest ist fertig, der Kampagnen-Quest. Wir machen den noch weiter, ne? Guck mal, wir sind noch vier. Ich bin noch nicht. Ich bin noch ein paar bei mir. Ich bin noch ein paar bei mir. So, der Quest ist auch fertig. Ähm, wo bist du? Ach da. Ich geb gerade ab. Mach den ein. Zwei. Zwei? Und da oben, welchen dritten? Die einzigen drei, die wir haben. So, hier in der Umgebung. Ja, aber gib den Kampagnen-Quest noch nicht ab. Wir machen ja erstmal die Quests weiter. Ja, wohin? Ja, hier. Hier sind überall Mobs, die du töten kannst. So. Zwei von acht. Ja. 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 Ich bin da. Ja. 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 Ja, den hätte ich gar nicht hinterher schicken müssen. Ja. 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 Boah, voller Beschuss. Warum machst du eigentlich nur Auto-Hits? Ich weiß nicht, wie viel Schaden macht, weil es alles so nackt. Na komm. Boah, geht mir das Telefon grad tierisch auf die Eier, ne? Wo bist du? Wieder hier. Ist so. Gut. Tada! Kommt doch hier ziemlich gut voran, oder nicht? Jo. Yay! Level Up Stufe 42. Jetzt wird. Yay! Ah, ich seh durch das ganze leuchten nix. Da fliegen überall Federn rum. Ich würd das auch gern mal an meinem Geburtstag haben. Sowas episches, so hey! Flügel lassen wir. Ja, wie geil das wäre. Auch ein bisschen makaber so. Du bist jetzt ein Stück näher am Jenseits hier. Kannst dich schon mal an die Flügel gewinnen. Ach, Essen ins Vorratskisten, super. Kommst du hier hin? Hier, 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 hier. Ah, hier, hier. Ah! Ah! Ich hab den irgendwann abgebrochen. Also, ich hab's aber trotzdem noch gekriegt. Meine Fresse, können die nicht später am Telefon rumspielen? Jaja, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Entschuldigung. Ich hab's vorhin noch im Augenwinkel gesehen und hab gedacht so, oh, müssen wir... Ähm, wenn wir jetzt hier gerade auslaufen, ist ein Vetter, den wir töten müssen. Ja, und ich töte ihn hier, den kleinen. Achso, ich dachte, das wär der, der hier neben mir steht und hab den jetzt angegriffen. Naja. Den wir nicht mehr brauchen. Ja. Den wir noch nie gebraucht haben. Ach. Falscher Knopf. Egal. Ein Stück. Wahlvoll. Da ist er. So. Damit's was flotter geht. Oh! 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 Ja, ich hab's grad gesehen. So im Augenwinkel so, hä, ist so ein Ausrufezeichen. Brauchen wir's nicht? So, alle fertig, jetzt kommen wir zurück. Schwupp dich, hupp dich. Boah, ganz ehrlich, ne? Mit Headset nicht, oder? Natürlich. Ich guck doch mal die... Natürlich hört man das und ich hör das durch das Headset, also muss das Mikrofon das auch mitbekommen. Und ich hab das mitbekommen. Die, die ich habe da den, was der Windel für die Windel für die Windel? Untertitelung des ZDF, 2020